Liebe Zuschauer, ich hatte gerade diese wunderbare Antje am Interview und ich bin so begeistert und sie hat sich jetzt bereit erklärt, einfach nochmal in wenigen Sekunden zu erzählen, warum ihr euch jetzt und heute hier anmelden sollt. Hallo, liebe Zuschauer, ganz einfach. Ihr erfahrt von mir und von ganz vielen anderen wunderbaren Speakern, wie ihr eure Lebensqualität verbessern könnt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr dazu beitragen könnt, dass eure Zellen jubeln, dass eure Mitochondrien, die Kraftwerke eurer Zellen wieder richtig vor Energie strotzen und ihr morgens aufwacht und sagt, ja, der Tag möchte von mir erobert werden. Wenn ihr wissen wollt, was es mit Juicy sein auf sich hat, dann kommt hierher und meldet euch an. Viele tolle Vorträge, viele tolle Kollegen und auch mein Vortrag und ich freuen sich auf euch. Vielen Dank. Vielen Dank.